Guten Morgen! Ah, wie ist es? An die Rutschdau? Ja. Das ist nicht drin, das kann ich noch mal nicht zu sein. Das wird so schwer, das wird so schwer, das hätte noch nicht los. Das wird jetzt die Lösung und die Nummer 15 kann man nicht und kann man nicht so stark fahren. Nicht beachträglich aber für mich besonders, weswegen wir es auch können. Und der vierte in der Fahnsäge die SM4 und ich glaube, ich habe ihn auch in die Worte sollte ich mir auch in die Worte sehen und ich frage mich und ich frage mich den Worte und ich frage mich den Worte Die Worte und ich frage mich den Worte In der Worte Untertitelung des ZDF, 2020